Als nächstes haben wir für euch mal wieder einen historischen Roman. Deutschland, zehn Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges. Eigentlich könnte die ehemalige Wundärztin Magdalena mit ihrem geliebten Erik ein glückliches Leben in Frankfurt führen, wo er sich als Kaufmann etabliert hat. Doch da erfährt sie, dass ihr Mann ihr offensichtlich Nachrichten über ihre verschollene Familie in Königsberg verheimlicht hat. Gründet ihr ganzes Glück auf einer Lüge? Als Erik spurlos verschwindet und Magdalena plötzlich mittellos dasteht, macht sie sich auf den Weg nach Königsberg, um das Geheimnis ihrer Familie zu enthüllen und damit auch Eriks Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Hexengold von Heidi Rehn erschien im Knauer Verlag.